So, dann geht's jetzt ab, wenn's denn laden würde. Ja, easy, man, das lädt doch, easy. Weißt du, was das nächste Upgrade ist, was man freischaltet für jetzt Assault, also nach dem Muzzle Break? Äh, keine Ahnung. Das ist ja auch keine Assault-Freischaltung, glaube ich. Muzzle Break ist Waffenfreischaltung. Ach so, ist immer waffenspezifisch dann? Ja. Okay. Okay. Kann ja sein, dass du das dann für die ganze Klasse-Sache jetzt mal freischaltest. Fuck. Na, na, das wäre ein bisschen zu einfach. Upsa. Ich brauche dich, um das Objektiv zu attacken. Was ist das Objektiv? Liegt denn einfach rum. Fuck. Verdammt. Auf, zu zäh. Fuck, die haben das Ding runtergefahren. Ich muss noch mal außen rum. Aua. Oh, irgendwo ist ein Sniper, passt auf. Oh, ich hab den gekillt. Coole Sache. Ja, ich bin in dem Moment gestorben, deswegen war das leicht so. Achtung, Regulose, Revive. RPGs, RPGs auf dem Dach. Beta geht nicht mehr. Was? Bei mir ist das Spiel grad abgekürzt. Ach, cool. Du liegst hier noch. Ah, jetzt ist es raus. Ja, das ist bei mir auch passiert. Einfach nochmal neu starten. Oh, Alter. Wo ist der Sniper? Also ich hab einen gekillt. Ich weiß nicht, ob es ein Sniper war, aber einer, der hat hier rumgecampt. Ah, schön, dass der da direkt in meinem Schussfeld gespawnt ist. Das war nett. Oh, 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 oh. Ah, von oben auf dem Dach. Hopf wie P. Scheidenkleistern. Maxwell klettert gerade hoch. Nee, bei dem spawn ich nicht. Ich schon? Komm. LOL, wie einfach mal das ganze Team von denen oben ist. Unglaublich. Unglaublich. Da sind mindestens sieben Leute oben. Ich geh mal andersrum hoch. Vielleicht merken die das nicht. Oh, wow. Noob Tube. Yay. Habe ihn. Ach so, du bist das gar nicht gewesen. Und so ich war nämlich einer. Ohohohohoho. Da bin ich weg. Hat das unglaublich, wie viele da oben sind. Bam. Das ist... Fuck wie kommen wir da hin? Wow, leck, leck, leck. Okay, jetzt geht's wieder. Oh, 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 oh. Einen hab ich von oben. Yo, ich treff ihn nicht, weißt du, so unrealistisch, Bullshit. Ah, Mist. Von hinten, schade. Land. Oben. Oh. Heißt oben, du bist oben, oder heißt oben, es sind welche, okay, ich sehe deine Leiche gerade hier liegen. Es sind welche oben. Also, ich würde da, oh, das ist das Dach meinen. Ich versuche mal hoch zu gehen. Kannst ja bei mir spawnen, sobald ich oben bin, dann hast du ein halbes Risiko, okay, ich bin oben. Einen hab ich. Und springen, also ich muss zumindest eben mal kurz ein bisschen regenerieren. Gut, also einen hätte ich. Alter. Jawoll, kill es jetzt. Ich komm wieder hoch. Yes, ich hab die Defibrillator, Dinger, und ich hab Ali auf dem Dach, glaube ich, so wie es aussieht. Gut, gut, gut. Dach ist sauber. Wunderbar, ich geb dir mal eben kurz ein bisschen Schisse. Ja, und ich hier, ich geb dir Leben, falls du brauchst. Vielen Dank. Eben kurz nachdem aufzugucken. Okay, da kommt keiner. Und hier wer... Also ich bin wieder vom Dach runter, ne, nur so als Info. Weil ich find das Dach langweilig. Ja, ist es auch. Aber eine gewisse Zeit kann man ruhig mal oben bleiben. So. Oh, 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 oh. Ah, von hinten. Okay. Okay, sie werden nicht damit rechnen, dass ich hier drin bin. Sie werden nicht damit rechnen. Achtung, die, die Seite, da öffnet sich gleich die Tür. Alter, du schwebst über dem Boden. Ja, ich bin halt der Skill-Lore, Mann. Wie geil war das denn jetzt? Ich brauch nicht zu laufen, ich kann schwirren. Als, das ist anscheinend ein Glitch, wenn du kniest und dann zur Seite läufst. Sieht halt so aus, als ob du dir so schwebst. Richtig geil. Tja, Energieeffizienz und so. Möglichst wenig Reibung. Ach ja, vielleicht sollte ich mal wieder markieren, oder? Ah, du hast noch immer noch auf Defend von C. Ach, Mist. Kurz vor der Deckung. Wow, 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 wow. Wuhu. Pff, tot. Oh, Granate, Granate. Quick Regeneration als Squat-Dingeling. Na, nur so als Tipp. Da kommt einer runter. Ja, er ist weg. Nice. Ich hab ihn zwar nicht getötet, aber er ist nicht mehr unter uns. Äh, Reverb, bitte. Ja, ich bin weg. Ich bin weg. Puh. Aber, ich hab, äh, die Defibrillatoren, deswegen. Aber, wir gewinnen gerade. Ziemlich hart. Äh, ich hab jetzt die Defibrillatoren automatisch ausgerüstet. Ne, ich glaub, die muss erst reinpacken. Yeah, wieder ein Sieg, Alter, wir sind so gut. Ja, und ich bin nur, jawohl, du Erster, ich Dritter. Und das Game hab ich sogar aufgenommen. Weil beim letzten Mal, da war ich ja Zweiter und du Erster hab ich ja leider vergessen aufzunehmen. Hä, hä, hä. Wuhu. Defibrillatoren. Wuhu, ich bin bald Level 7. Ey, hör auf anzugeben, ich bin das Level 1. Ja, ich hab da auch schon, ich glaub, 20 Spiele schon. Was? Ja, klar. Glaubst du, ich hab nur die paar Folgen da, die ich, äh, aufgenommen hab, gespielt. Ich hab natürlich auch so noch gespielt. Na gut, okay. Sag mal, ähm, wie komm ich, also wie kann ich meinen, äh, die Defibrillatoren da ausrüsten? Kann ich die denn für dieses First 8-Pack eintauschen, sag ich jetzt mal? Oder für den Granatwerfer? Ja. Äh, wie komm ich aus dem Endround Detail? Und den Sales-Button, sag ich raus. Äh, ich dachte, dann könnte man was. Nee, man muss leider warten, bis sie neu startet. Okay. So. Tja.